Hi Leute, ich habe hier einen Rasenmäher, zum Beispiel die hier, also der Tank, ist auf einem massiven Stall, wurde selbst gemacht von meinem Vater, hier ist ein Guckloch und Benzinanzeige, kann man halt den Benzin sehen, und hier ist dann ein eigener, selbstgemachter Luftfilter, das ist übrigens auch selbst gemacht, hier ist ein Tupfer, und hier ist ein Direktgas, hier war auch irgendwas kaputt, und hier ist ein, nennt sich das ein Antrieb, also wenn man zu lange macht, dann fährt er automatisch, die meisten haben das unten, aber der hier hat es oben, und ich würde mal sagen, wir starten jetzt gleich mal. Und hier ist ein Tupfer, und hier ist ein Tupfer. Und hier ist ein Tupfer, und hier ist ein Tupfer.